Hast du dich jemals gefragt, warum Pferde Schuhe tragen müssen? Aber warum nur Pferde, wenn es Millionen von Tieren gibt? Du hast vielleicht in vielen Videos gesehen, wie die Hufe der Pferde gestutzt wird und dann ein Metallnagel eingesetzt wird. Aber viele Leute denken, dass aufgrund der Hufeisen die Nägel der Pferde nicht mehr wachsen. Allerdings ist der eigentliche Grund anders, weil über viele Jahrhunderte hinweg lebten Pferde in Wäldern. Aber später wurden sie in Dörfer gebracht. Deswegen wurden ihre Beine aufgrund des hohen Gewichts und der Betonstraßen verletzt. Die Lösung dafür sind die Hufeisen. Und wenn du diesen Pferd süß findest, abonniere.